Ich fürchte, es ist soweit, dass ich gezwungen bin, euch ehrlich etwas mitzuteilen, was euch betrifft. Wenn es möglich ist, bringe ich die Sache in aller Ruhe zu Ende. Aber ich fürchte leider, dass es nicht geht. Denn ihr zwingt mich, plumpen zu sein! Denn ihr seid alle furchtbar krank, ihr seid psychisch vollkommen gestört. Aber ihr merkt das nicht. Und diese Krankheit ist schon so weit fortgeschritten, dass euch nicht mehr zu helfen ist. Ich habe die Krankheit schon vor mehreren Jahren bei euch feststellen müssen, und habe euch auf meine Art gepflegt. Doch nun weiß ich nicht mehr, wie es weitergehen soll. Ich bin dabei so müde geworden. Ich habe alles für euch getan, wirklich alles! Wirklich alles! Ihr seid nunmehr letztes Stadion! Ich bitte euch, sterbt endlich! Ich danke euch! Ich liebe dich! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Das war's für heute.